Ich habe heute die erste Nacht in der neuen WG verbracht und ich habe echt lang geschlafen. Beim Zähneputzen ist mir aufgefallen, dass ich noch gar keinen Gebetsteppich habe. Also habe ich mich angezogen, das ist mein Outfit und bin direkt losgegangen. Dann war ich kurz noch einkaufen für Hüfter und dann war es soweit. Endlich kaufe ich meinen ersten Gebetsteppich. Aber es gab so viel Auswahl, ich wusste gar nicht, welchen ich nehmen sollte. Am Ende habe ich einen gefunden, der mir gefallen hat und bin nach Hause. Als ich zu Hause ankam, wollte ich ihn direkt auspacken. Ich habe also meinen Gebetsumhang angezogen und sofort meinen neuen Gebetsteppich ausgepackt. Schaut mal bitte, wie schön der aussieht. Endlich habe ich einen. Ich habe ihn da so ausgefaltet und ich muss sagen, der ist ziemlich groß, um ehrlich zu sein. Dann habe ich ihn hingelegt und wollte anfangen zu beten. Aber da ich jetzt umgezogen bin, weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich jetzt beten muss.